WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 so hey leute was geht ab ich bin elias und ihr seht hier der lanza von natürlich mal wieder und uns erst gestorben hat im ich glaube dritten test spiel dritten richtigen test spiel in der vorbereitung für die saison 2019 2020 im auch dritten test spiel unter el maestro mit 4 zu 0 hier auswärts beim fc gleisdorf gewonnen im regional ligisten und ja es war ein spiel mit licht und schatten muss man ganz klar sagen ich glaube die erste heimzeit ist jetzt nicht weiter erwähnenswert komplett verkorkst keine direkte wirklich chancen ein richtiger torschuss von unserer seite und 2-3 möglichkeiten mit gleisdorf aber vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen noch für die zuschauer ja ich heiße kristoff bin hier aus gleisdorf eigentlich nicht das schwarze aber trotz dem gleisdorf ich bin echt richtig schwarz und ich bin begeistert dafür dass es für den gehalten ist und so wird es erwartet auf jeden fall die erste halbzeit 0 zu 0 obwohl die gleisdorf ein tor erzielt haben das dann doch nicht gegolten hat zum glück für die blackies und im zweiten durchgang dann aber sturm komplett ausgewechselt also wirklich ich glaube der komplette Kader wurde durchgetauscht und danach hat es dann auch geflutscht würde ich mal sagen nach etwas mehr als einer stunde ist es dann losgegangen mit dem ja torfestival im nachhinein kann man eigentlich was zu sagen aber eben mit dem tore schießen bei den blackies Obermeier eigentlich einer der streichkandidaten mit dem querpost auf wilfried amoha und der macht das richtig stopptrocken zum 1 zu 0 in min 61 wenige minuten später der markus pink mit einem schönen solo lässt den gegenspieler aussteigen und dann eben ja mit dem 2 zu 0 auch im stil eines klassen stürmer das muss man ehrlich zugeben danach ein bisschen leer noch unsere blackies aber kontrolliert im zweiten durchgang machen dann auch die Minute 80 herum das dritte tor zunächst trifft glaube ich pink nur aluminium der ball prall zurück von der latte amore staubtrocken rein in die kiste mega geil zum anschauen war echt toll und dann geht es weiter obwohl der Gleisdoktoni noch ein bisschen dran war übrigens Kitai-Schwili seit neuestem mit der Rücken Nummer 10 also das ist quasi der neue Spielmacher bei uns ist jetzt nichts neues wir wissen um die Qualität von Kitai-Schwili aber nice-to-know an diese Stelle würde ich sagen und Sturm setzt dann auch noch den Schlusspunkt mit 4-0 Kurschütze Scheiße, ich hab mich vergessen Scheiße, ich hab' nicht vergessen der hat natürlich Hosiner unser Quinn Nr.16 genau in Minuten 86 ein indirekter Freistoß bei den Blackies und Hosiner macht das Ding dann auch rein es auf, für selbstvertraue des Stürmers auf jeden Fall wichtig und ja, Sturm gewinnt das gerade mit 14-0 Die Gleisdorfer hatten allerdings eine tausendprozentige Möglichkeit im Stand von 0 zu 3, glaube ich, wo wirklich aus einem halben Meter das Tor leer ist, wo das Tor leer war und der Bein dann drüber geht auch noch. Also ja, im Endeffekt die Gleisdorfer wirklich sehr bemüht, die muss man loben an der Stelle. Für ein Regionalligist eine tolle Leistung gebracht, aber unsere Blackies am Ende kaltschleuziger vom Tor im zweiten Durchgang wohlgemerkt und mit einem 4 zu 0 wenig aussagekräftig, definitiv, aber trotzdem, ich glaube, die zweite Halbzeit macht Lust auf mehr und ja, eins vielleicht ist noch festzuhalten, das Ganze geht spielerisch in Richtung Umschaltspielen. Also zumindest, was den aktuellen Start der Dinge angeht, also von dem her. Also ich muss dann gehofft, dass der neue Trainer sehr offensiv weiterspielt und nicht so defensiv. Es ist einfach eine Freude zum Zuschauen, es passt. Wir wollen das Spiel von hinten nach vorne und nicht nur vom Sechsenhaus, wir wollen im Mittelfeld die Ball gewinnen und dann nach vorne stürmen und das ist Sturm, das war Ossing und wir kommen zurück und das war heute Cups 10 und das ist sehr schön, das passt. Denn es zählen wir Meisterschaft, Cups, Sieg und die Champions League. Prost, auf die Schwarzen! In diesem Sinne dann, euer Elias, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, auf die Schwarzen natürlich und bis dann! Ciao, ciao!